Hoflatt Ritter, starke Leistung für ihn und nun Daumenrücken für Sibirin Freund. Wie Schlierenzauer mit weniger Anlauf. Passt oben, gut durchgekommen. Sagt gut aus für Sibirin Freund. Und auch er zieht den Sprung weit nach unten. Wichtiger Sprung für Sibirin Freund. Wichtiger Flug. Zurecht die Faust bei Ferner Schuster. 220,5 Meter nochmal. Wir sind bei Startgate, bei Startluke 11 inzwischen. Bei 16 ging es los. Es wurde sukzessive verkürzt. Er kriegt kräftige Bonuspunkte. Tolle Position. Sehr früh schon zu sehen, dass der Sprung gehen kann bei Freund. Auch der ist voll mit dabei im Geschehen. 220,5 Meter Erleichterung. Zwei deutsche Springer in der Spitze mit dabei. Erster Rang sogar für Sibirin Freund. Durch die Bonuspunkte ist er 0,9 Punkte vor Rude Welter. Vor den Norwegern.